Eine falsche Bewegung und alles kann sich verändern. Deshalb gelten für die zweite Staffel Zack und Cody am Wort besondere Sicherheitsregeln. Regel Nummer 1. Knutsche niemals an Deck. Auf Filmen passiert sowas nie. Regel Nummer 2. Leg dich nicht mit Spionen an. Nicht so schnell. Nach allem was ihr gesehen habt, kann ich euch nicht gehen lassen. Regel Nummer 3. Verkleide dich nicht als Banane. Au, das kriegst du zurück. Ich will mehr sehen. Punkt euch auf die zweite Staffel Zack und Cody an Bord. Ab Montag 13.20 Uhr und 18 Uhr.